Wir legen los und zwar mit einem Video, auf das wir gewartet haben. Let's go! Wasser. In einem ewigen Kreislauf bewegt es sich rund um die Erde. Nichts kommt hinzu und nichts geht verloren. Wasser ist das Lebenselixier. Doch wie viel Wasser gibt es überhaupt auf... Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich sage einfach 1 Liter auf der Erde. Nee, die werden auf jeden Fall nicht so denken wie ich. Das heißt, ich sage lieber 2 Liter. Ich bin auf dem Weg zu... Ich sage 3 Liter, dann bin ich auf der Sicherungsseite. Ich sage 3 Liter. Fast 1400 Trillionen Liter. Doppelt so viel wie ich dachte. Krass. Ich dachte sogar eigentlich weniger als 3. Ich habe nur 3 genommen zur Sicherheit, damit ich mich in der Mitte einordne. Dreis. Die Dislikes sind vollkommen zu Recht. Da gebe ich jetzt auch einen. Einer meiner ersten Dislikes auf Youtube. Bis zum nächsten Mal.